Mit der ersten Erweiterung zu die Quacksalber von Quedlinburg können ab sofort auch fünf Spieler um die Wette brauen. Dazu kommt eine neue Zutat mit dem Narenkraut und weitere Bücher für bereits bekannte Zutaten. Die Kräuterhexen in den verschiedenen Stufen ermöglichen jeweils einen einmaligen Bonus im Spiel. Dieser sollte gekonnt eingesetzt werden, da er oft über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.